hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten beurte von netzware minecraft und wir machen weiter ich wollte ja hier sowas bauen was ähnliches aber ja das fädel die ep in einer kakaobohne finde ich cool und ja heute folgt am 2 oktober das muss ja sein weil die völker also selbst bei klasse und 2 oktober 2015 also muss ich vor 2 oktober 2017 2014 in den zeitpunkt hat es keine info oder in 13 2012 und so weiter auf youtube auf jeden fall wo ich so machen muss sagen muss vor drei jahren auch noch ein video ich meine kam irgendwie so toll gröner dach verwohner und noch wieder so ein riesen portal baum was glaube ich habe ich habe zwei videos an diesem tag aufgenommen 2 oktober 2014 haben wir ihn auch bekommen weil sie nur wir haben zwei jahren genau das müssen wir auch zum selben datum auch an 2 oktober 2015 halt diesmal nicht gebrochen werden dass jetzt kein video kommt also in der spiel folge aber ich gucke jetzt mal ich halt die folge ein paar also ich halte gehen männer schon nach also rein und zwar ein bisschen durch so und ich wollte die seiten seitenzahl an und haben wir mal gucken zum beispiel was wir passen mit uns wenn wir noch 16 15 oder 2014 hochgeladen halten ja da kannst du was hier einfach mal die folge reinbringen ja 2014 immer als wir folgen 2 oktober gebracht habe das ist nicht gebrochen werden hier also in der einjagung ist auch eine let's play folge 2019 auch und 2033 auch aber die realität ist erstmal eine kakaobole bauen das ist man hier drin schon platz suchen immer 3 so auch mal suchen immer schon platz durch eine mine wir sind ganz ehrlich glaube ich mich wieder und ja die mine schon echt heftig also ziemlich oft eigentlich es hat geleckt ein politiker komponenten packen könnte aber ich finde ich hätte damals noch ganz cool so im februar 2017 so dass ich mal dass ich erkundet habe einfach hier durch die welt gelaufen bin und jetzt hier einfach mal gelaufen bin und so das war schon cool weil ich mal themen gehabt und so und haben auch schon gut sein so damals also nicht alle zahlen vor 8 monaten auch gute zeit sondern hat ja hier durch die gegengelaufen bin oder kann man auch noch ein trainern hat nicht so auf screenshot moment aber zurück alles jetzt mal angucken jetzt ja screenshots da gucke ich mal ich habe mir schon gemacht und gleichzeitig ganz kurz mal gucken ob ich irgendwie 2000 und naja schon hier 2014 gemacht habe ich so jetzt hat oktober 2014 so ein pass auf alle verfolge kauft wird und dann immer noch so ein ofenhaus der ofenwand und sondern eine wolke unserem haus und das riesige portal und mann jubel ins kind mann er für die ganze schutz mal gemacht ich jetzt in 2015 aus aus dem 16 8 löser das haben wir auch nicht aus dem tag gemacht wo ich im boden drin in der microsoft welt das war auch lustig oder habe ich auch 5g über euch gemacht im video und ja ok guck dann kurz mal wichtig finde mit der insel ich meine ich habe davon gemacht ok was doch nicht also anschauen fehler oder sowas das ist auf jeden fall nicht die insel also ich dachte kraft das war 10 november 2016 gemacht ich habe schon mal gucken muss man die pläne ist nachgucken ich glaube ich nicht ich habe das spieler ist angefangen mehr kunden oder auch keine ahnung platz hier oder hier kann man so eine kakaobohle bauen was ist hier passiert ist das denn hier das ist doch gar nicht so möglich was muss ich einfach mal hin was ist gewesen von dieser folge leise bei minecraft und bei drücker feiler dann lasst eine bohlsüberbildung da abo nicht vergessen und tschüss wir wir Bis zum nächsten Mal.